Für jeden einzelnen Menschen völlig egal, ob er am Anfang seiner Karriere steht oder schon weit oben ist, ist es immer wieder der allerwichtigste Schritt, den ersten anzugehen, und zwar zu seinem neuen Ziel, das er sich gefunden hat. Und sich selber zu zeigen, ich habe den Mut, ich habe die Kraft, ich habe die Lust und die Energie in mir, genau diesen ersten Schritt zu gehen. Ich unterstütze bekannte Speakergrößen am Markt, so wie Jörg Löhr, Oliver Geiselhardt zum Beispiel, eher im Background, um wirklich zu schauen, dass sie noch weiter vorankommen können und dass sie noch mehr Gas geben können, noch mehr Umsatz steigern. Ansonsten habe ich mir aber auch zum Ziel gesetzt, Newcomer auf den Weg zu helfen, einfach zu schauen, die sagen, oh, Speaker oder Trainer, das möchte ich total gerne werden, da möchte ich hinkommen. Da habe ich schon so viele angehende Trainer und Speaker in Ausbildung begleiten durfte, weiß ich genau, wo der Schuh drückt und was die Bedenken sind oder vielleicht auch die Herausforderungen, das ist ja das Schöne. Und da gehe ich dann wirklich hin und nehme den Newcomer wirklich mit, zeige ihm seinen Weg, wie er wirklich gehen kann, was er alles braucht und benötigt und wie er es angehen kann. Coaching ist das eine, das liebe ich, es ist toll, individuell unterstützen zu dürfen, genau da, wo der Schuh drückt. Und das andere, meine ganz große Leidenschaft, sage ich mal, ist das Verkaufen. Es ist einfach toll, weil Verkaufen ist nichts anderes, auch wie Unterstützung und Helfen. Ich mache das Gleiche, was ich im Challenging mache, mache ich auch dort im Verkauf, allerdings auf einer anderen Ebene. Verkaufen ist leicht negativ angehaucht und ich bringe das Positive wieder mit da rein, indem ich dem Kunden seinen Nutzen auf einem Silbertablett mit wunderschönen Schleifen serviere, sodass er sich was darunter vorstellen kann, was dieses Produkt für ihn bewirkt und was es kann und was er davon hat. Mein Workshop heißt Auftreten, Begeistern, Kunden gewinnen. Verkaufen, unnötig, das ist genau das, warum manche sagen, wie soll das gehen, wie soll ich Kunden gewinnen, um das zu verkaufen. Aber genau das ist es, wenn du mit deiner Präsenz, mit deiner Ausstrahlung bei deinem Gegenüber so ein Vertrauen schaffst, dass der einfach Spaß hat, dir zuzuhören. Und wenn dann dein Produkt noch auf seine Anforderungen passt, dann brauchst du es nicht mehr zu verkaufen, weil dann möchte er es einfach haben, dass du sie so gucken, wie daraus entsteht. Und genau darum geht es in meinem Seminar, zu erkennen, wie einfach Verkaufen ist und wie viel Spaß es macht und dass es nicht das Verkaufen das Klassische von früher ist, weil das ist dann unnötig geworden. Ich höre halt immer wieder, ich habe ein Problem. Oh, Problem, Problem, wer hat keine Probleme? Aber das ist ja schrecklich, ich bin doch kein Problemsucher, ich bin ein Lösungsfinder. Und wenn du Bock hast, deine Lösung zu finden, dann bist du bei mir goldrichtig. Wir werden gemeinsam deine Lösung finden, damit du Step für Step weiterkommst, um dein Ziel zu erreichen. Untertitelung des ZDF, 2020